Es gibt so Trends, da ist es einfach wahnsinnig schwer reinzukommen in diesen Trend. Und genau deshalb möchte ich heute mit euch über eine Gelegenheit sprechen. Wir sehen hier eine Korrektur und wenn wir uns den langfristigen Trend anschauen, dann wird auch diese Korrektur wieder eine Kaufenswerte sein. Also, legen wir los. Ich begrüße euch ganz herzlich hier auf dem Tradermacher-Kanal. So, wir schauen uns gleich gemeinsam einen der erfolgreichsten Indizes der letzten Jahre an, hinsichtlich der Performance. Für mich natürlich als Anleger mit spekulativer Ader noch ein bisschen interessanter. Eine Aktie, die diese Volkswirtschaft, um die es geht, kleiner Hinweis, es ist das neue China, tatsächlich sehr gut repräsentiert. Der Gründer Mukesh Ambani gehört zu den reichsten Menschen auf dem Planeten. Letzte Forbes-Liste hat ihn an Nummer 11 ausgewiesen. Mit 108 Milliarden, das hat gereicht, um mal auch gleich der reichste Inder zu sein. Bevor wir aber darüber sprechen, möchte ich euch einfach ganz herzlich um eure Unterstützung bitten. Dauert keine fünf Minuten, aber wenn ich sowas schon mal mitmache, dann möchte ich natürlich ungern Letzter werden. Mir wäre sogar das Gegenteil ganz lieb. Aber worum geht es? Hier um den Zertifikate Awards 2024-2025. Hier unten in den Shownotes findet ihr den Link zu dieser Umfrage. Und ihr seht, letzter Punkt ist Finfluencer des Jahres. An den Begriff kann ich mich immer noch nicht gewöhnen. Aber meine Güte, wenn ich jede Woche hier Videos über den Aktienmarkt und über Trading mache, dann bin ich wohl ein Finfluencer. Eigentlich will ich aber eben niemanden beeinflussen, sondern ich will gerne aufklären. Ich möchte euch mit meinen Videos meinen Standpunkt darstellen. Und wenn für euch eine schöne Idee dabei ist, dann freue ich mich darüber. Also, das Ganze dauert keine fünf Minuten. Und ich kann nicht mehr sagen als, bitte unterstützt mich. Ich würde mich wahnsinnig darüber freuen. Über das Ergebnis werde ich euch natürlich gerne auf dem Laufenden halten. Und that's it. Link hier unten. Vielleicht macht ihr das im Anschluss an dieses Video. Vielen Dank dafür im Voraus. Und jetzt sprechen wir über Indien. Ja, Indien nervt auf eine gewisse Art und Weise. Indian never gets cheap heißt es. Das heißt, also Indien wird hinsichtlich der Bewertung nie richtig günstig. Indien hat aber eben auch viele, viele beeinflussende Faktoren, die richtig günstig sind für eine prosperierende Wirtschaft, eine junge Bevölkerung, sehr Tech-lastig. All das sorgt dafür, dass der indische Aktienmarkt wächst und wächst und wächst. Mal ein bisschen weiter rausgehen. Das hier ist der iShares MSCI India. Und wir sehen, dass praktisch jede Korrektur gekauft wurde. Ob diese jetzt hier vorbei ist, ja, genau so sieht der indische Aktienindex aus. Ob die jetzt hier vorbei ist oder ob vielleicht noch ein paar Prozent auf der Unterseite fehlen, kann ich euch zu diesem Zeitpunkt nicht sagen. Wir haben den 200-Tage-Durchschnitt als einigermaßen verlässlichen Indikator. Und ihr seht im Übrigen auch, dass Indien eigentlich eine relativ neue Story ist. Also ja, anderthalb Jahre alt. Und es hat vermutlich auch damit zu tun, dass in Indien Kapital wirklich in Hülle und Fülle reingeströmt ist von ausländischen Investoren, aber auch von Chinesen in dem Maße, in dem sich Investoren zumindest teilweise vom chinesischen Aktienmarkt abgewendet haben. Und deswegen ist es kein Zufall, dass in den letzten Tagen der Aktienmarkt unter Druck stand, sich dann aber die Notierung jetzt auch wieder sehr deutlich erholt haben. Denn heute Morgen, ich habe darüber gesprochen, hier auf dem Kanal, man kann diese Fahnenstange in China nicht kaufen, obwohl ich ja bullisch für den Markt bleibe. Aber der Hang Seng in Hongkong, ja, wollen wir mal ganz kurz gemeinsam drauf schauen, haben wir, habe ich ihn hier drin, hat mal locker 10 Prozent vom Top abgegeben. Also 23,5 und dann waren wir hier teilweise bei 20,6, sogar noch deutlich mehr als 10 Prozent. Indien hat sehr schön zugelegt. Es geht heute nicht um China, es geht nicht darum, dass die Sitzung, auf der man sich mehr erhofft hatte, jetzt ein bisschen enttäuschend verlieb. Um China kümmern wir uns wieder. Wenn wir also auch die langfristige Entwicklung, zumindest mal langfristig aus Sicht eines Traders schauen, dann ist Indien kaufenswert. Es gibt ein Unternehmen, welches aber noch ein bisschen spannender ist. Es ist halt nicht jedermanns Sache zu sagen, ich kaufe mir ein ETF. Für einen langfristigen Anleger, für einen Sparer sicherlich nicht verkehrt. Wenn er hier partizipieren möchte, und wir sprechen hier immerhin von der Performance, das Ding stand bei 7, also 50 Prozent im Top, fast 50 Prozent gestiegen, etwas weniger. 40 Prozent, das ist natürlich für eine ETF-Anlage gar nicht so schlecht. Das Unternehmen, welches ich euch aber gerne heute zeigen möchte, heißt Reliance Industries. Ich habe es schon gesagt, der Gründer ist der heutige CEO, ist der Sohn des Gründers. Und ich habe es gesagt, 108 Milliarden, also läuft. Und es ist etwas, was westliche Börsen nicht so gerne mögen, was aber in Indien, in vielen asiatischen Märkten eher verbreitet ist, diese Riesenkonglomerate. Es gibt aber einen klaren Schwerpunkt. Also wenn man sich hier unter Reliance Industries, Products and Brands anschauen will, das sieht schon fast aus wie die Beteiligungssparte von Google, beziehungsweise Alphabet. Also da ist alles drin, von Consumer Electronics, Digital Commerce, unfassbar viele Apparel, also Klamotten-Geschichten, von denen ich auch zum Teil noch nie gehört habe. Es gibt auch mit sehr großen Brands Kooperationen, aber geht mal gerne durch. Ich sage mal wieder, Marks & Spencer hat man sicherlich schon mal gehört. Das sind Briten, Gap hat man auch schon gehört. Ansonsten ist da viel Regionales dabei, wobei eben regional in Indien ist immer noch ziemlich groß. Ja, lustige Marken habe ich hier gefunden. Ich finde den Namen auch immer zum Teil sehr schön. Dann kommen In-Store Brands und das sieht alles so aus, als sei es ein großer Fashion-Anbieter. Ist es aber nicht. Ein ganz wesentlicher, ja, exklusive Partnerschaften, alles Geschmackssache. Ob er mir jetzt Balenciaga zusagt oder whatever, spielt gar keine Rolle. Darauf kommt es aber eigentlich an, denn das ist ein ganz wesentlicher Umsatztreiber. Meine Güte sind das. That's it. Sieht zwar nach wenig aus, macht aber sehr viel aus in der Bilanz. Petroleum Retail. Das heißt, es ist der größte Anbieter. Es ist also im Rohstoffsektor auf verschiedenste Art und Weisen. Zum Teil ist es hier gar nicht mit aufgeführt mit drin. Wir haben Polymere und so weiter. Also es ist ein sehr, sehr großer Anbieter beziehungsweise Produzent auch von Rohstoffen. Schaut es euch gerne an. Für euch ja wahrscheinlich viel wichtiger ist die Aktie und wie sie sich bewegt hat. Und das kann sich durchaus sehen lassen. Wir machen jetzt mal die langfristigere Betrachtung. Ja, das sieht aus nach Konsolidierung. Aber wenn man es sich langfristiger anschaut, also jetzt in den letzten Jahren, dann war das durchaus spektakulär. Also innerhalb von fünf, sechs Jahren, wenn wir uns hier gucken, von wo wir kommen, eine Versiebenfachung. Klar, Nvidia hat mehr gemacht, aber dafür, dass das so ein Riesen... Also auf jeden Fall deutlich mehr gemacht als der MSCI India, beziehungsweise der indische Aktienmarkt selber. Und ich finde diese Chart-technische Konstellation, die wir jetzt hier sehen, attraktiv. Wir sehen auch, dass wir in den letzten Jahren zweimal auf Wochenbasis, insofern ist es dann ja kein 200-Tage-Durchschnitt, zweimal auf Wochenbasis hier den getestet haben. Und ich kann nicht ausschließen, dass wir das nochmal machen. So, aber notwendig ist es nicht. Sehr viel häufiger hat der Kurs nämlich zur Oberseite abgedreht, bevor er diesen gleitenden Durchschnitt erreicht hat. Tendenziell in so einen Phasen. Das ist allerdings jetzt eine Vorgehensweise, kann man so machen, ist nicht für jeden was, kaufe ich in der Regel in Tranchen. Das heißt, dieses Unterstützungsniveau, wir prallen hier, naja, etwas oberhalb des 23,6er Retracements zur Oberseite ab. Also, das finde ich schon mal interessant. Ziel, logischerweise neue Hochs. Wer sagt, die zweite Tranche kaufe ich aber gern ein bisschen tiefer, kann man durchaus darauf spekulieren, dass der Kurs nochmal 8 bis 10 Prozent nachgibt. Hinsicherlich auch damit zusammen zum Teil, wie sich der Gesamtmarkt und insbesondere eben auch die Rohstoffe in den nächsten Wochen entwickeln werden. Aber die Aktie wollte ich euch einfach mal mitbringen. Vielleicht ist es ja was Interessantes für euch. Also, immer neu und immer neue Werte auch. Okay, klingt ein bisschen schwierig, der Übergang. Worauf wollte ich eigentlich hinaus, dass ich euch das hier sehr gerne liefere. Und wenn ihr mich also abschließend hier unterstützen würdet, versprochen. Ich beschalle euch jetzt auch nicht die nächsten Wochen damit. Einmal vielleicht noch ein Reminder in zwei Wochen. Also, würde mich freuen, wenn ihr mit dabei wärt hier bei dieser Umfrage. Der letzte Punkt sind dann die Influencer des Jahres. Und bei Reliance Industries sind wir ja vielleicht demnächst alle mit an Bord. Nee, nicht alle. Nur diejenigen, die sagen, ich habe mein eigenes Setup. Mir gefällt das oder mir gefällt das nicht. Wenn ihr noch andere Möglichkeiten seht, wie man von einem Aufschwung im indischen Aktienmarkt profitieren kann, vielleicht andere Aktien, vielleicht andere ETFs, dann schreibt es hier gerne unten in die Kommentare rein. Freue ich mich und ich freue mich natürlich auch, wenn wir uns hier an dieser Stelle am Donnerstag wiedersehen. Macht's gut, bis dann und ciao. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.